Ausgesetzt in der Wildnis der Schweiz scouten die Leiter das Gelände für das ULA 2024. Keine Kamerateams. Kein Kontakt zur Außenwelt. Vollkommene Isolation. Jetzt wurde ich hier geschickt, um das Gelände für die Spiele auszukundschaften und ich habe mich schon wieder verlaufen. Ich weiß gar nicht, warum mir das immer passiert. Die anderen verlaufen sich doch auch nie. Oh mein Gott. Frisches, klares Süßwasser. Ja. Warte mal, warte mal. Kongo! Kongo, wir stoßen! Ich glaube, ich bin hier im Teilnehmergebiet. Was habe ich hier? Scheiße. Die Spur ist frisch. Fuck man! Die Kinder! Die Kinder! Hart sein. Hart sein musst du. Wenn die Alpen weinen, musst du hart sein. Feuermachen ist jetzt absoluter Basic-Skill. Kann ja jeder. Hype. Bock. Angriff. Let's go. Gemütlich kann jeder. Pff. Jetzt reicht's aber auch, Mensch. Ah, bleh. Das dauert jetzt hier noch ein bisschen. Aber wie man sieht, einfach jeder kann Feuer machen. Mist. Wo bin ich hier eigentlich schon wieder gelandet? Ich kann mich überhaupt nicht orientieren. Mein... Krass. Absolut. Absolut. Stille. Nichts. Einfach Ruhe. Ja. Wenn die Kinder da sind, ist es vorbei damit. Leute, es ist so schön hier. Mir tut's leid für alle, die nicht auf dem Buller dabei sein können. Ich glaub, die haben mich vergessen. Das sind so viele, die wir verletzen. Reise. Das ist nur etwas. Vielen Dank.